ich herzlich willkommen weitere folge ich war die so und so lange schon nachricht leistungen und so weiter so lange schon gespielt tralala zehn tarnung 50 prozent 50 prozent kredits 50 prozent kapitänsep freie p auch 50 prozent von allem etwas und gleich mal auf die zimmern so wie ganz mich ruhig kommt jetzt hier oben start so gucken wir mal fahren wir mal nach links meistens bin ich ja mal hier irgendwo ist und der seite jetzt probieren wir mal hier lang zu fahren noch ist hier nichts offen doch da montana so st wahrscheinlich geht aber alles gegen die insel das ist doch was drüber gut jetzt ist Untertitelung des ZDF, 2020 Mal schauen, ob ich vernünftig vorgehalten habe Yep Enemie destroyer, fight it Enemie battleship detected I need help Ach Mist Ach Mist, Mist, Mist Oha Actually Spotter airborne Ja, ich bin gerade ein bisschen planlos Mal kommen vorwärts Komm, komm, komm Oh Gott, gibt der Schnellgas Aber egal, der sollte rausgehen Gut Good game, everyone Kein Brand Oh Uh Einmal drehen Dann bin ich nicht mehr Attention Reporting at target's position Good show Good show Such a smokescreen Gut Gut All right Gut Goodbye Gut Gut forty 恍 So, dann kann man jetzt eigentlich, die sind weg, einfach mal hier durch. So, dann kann man jetzt weg, einfach mal hier durch. Okay, Torpedos, der sollte eigentlich rausgehen. Oder noch nicht ganz. Doch, der geht raus. Den sollte man vielleicht mal rausnehmen. Weil, wenn er noch Heilung hat, dann kann er gut hochheilen. Genauso wie meiner einer. Ich heil mich noch nicht, weil ich jetzt noch nicht mal die Hälfte von dem weg habe, was ich heilen kann. Ach, wobei ist er sowieso gleich vorbei. Oh, gut. Oh, gut. Oh, nicht so weit drehen, nicht so weit drehen. Oh, nicht so weit drehen. Oh, nicht so weit drehen. in der Teil Torpedoes deport ich kann jetzt hier auch nicht hinter die Insel also muss ich dem hier in Breitseite zeigen was nicht getroffen die Mino haut aber ganz schön rein so eieiei 5.000 IP schön ja ok schön 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 was ok 15 eine einzigartigen Tarnung ähm Moment Tarnungen zugefügt Ui schon wieder? weiß ich was ja ja das ist die Tarnung die ich eben drauf hatte eben 10 gekriegt jetzt 15 nice ok dann wartet aber für diese Folge bis und ich sage ciao ciao bis demnächst Vielen Dank.